Hi Leo Leute, Willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Super Mario Maker 2 Sun ist auch wieder da und der wird es noch kurz übernehmen. Ich wollte erstens noch mal vorwarten, dass er die nächsten 10 Minuten spielt, weil ich kurz weg muss, aber es ist mir gleich wieder da und ich bin dann wieder dabei. Ich hoffe, es wird funktionieren, aber es ist dann gesund. Mit guter Dinge. Und er würde sagen, fang an. Alles klar. Dann machen wir den nächsten Auftrag. Schu-schu-schu-pidu. Und ich probiere irgendwie hier rauszukommen. Hier sind kleine Platzprobleme, müsst ihr wissen. Ganz kleine. Ganz kleine. Ganz kleine. Ganz kleine. Und dann geht schon los mit dem Lernen. Für den Moment ist es immer noch so schwer. Aber es gab auch nur Schwierigkeit. Einen Stern anzuhören. Achso. Deswegen sollte das Level jetzt nicht gerade so sehr schwer sein. Ja. Oh. Was ist das? Und da ist ja schon das Ende. Und ich glaub der Ostflügel ist schon fertig. Was ist denn das? Okay also für den Moment nutzt er uns noch nichts. Dann müssen wir noch ein Level spielen um das Hauptgebäude fertig zu bekommen. Dann, let's go! Oh! 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 Ok also Für den Moment finde ich da keinen Weg Schauen wir mal doch in den nächsten Auf Bedarf vielleicht erst finden Ah Hm Nee, auch nicht Wartet, wartet Ich nimm wieder einen Pilz Damit ich nicht sterbe Man weiß ja nicht Oder Ja 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 Und dann kommt's wieder auf die Karte. . . . . . . Dann wissen wir, dass wir alle Schlüssel mitknüssen. Hat sehr viel gebracht. Schade. Zweiter Versuch. Da waren wir noch nicht dran, glaube ich. Ich glaube, wir brauchen einen zweiten Trampon, um das Level zu schicken. Das war ein kleiner Fail. Wir brauchen die Absicherung. Wir brauchen die Absicherung. Wir brauchen einen neuen Trampon. Vielleicht können wir noch einen dritten dazu holen, das wäre noch besser. Ich hoffe der despaunt nicht. Doch. Und? So, Daddy ist back. Und wie lief's? Kritisch oder? Ich bin einmal gestorben. Ich hab halt wirklich genau aus den Minuten gebraucht. Schuss. Einmal gestorben? Ich versuch grad dieses Level zu meistern. Hier ist das fertige Thumbnail. Er verluckte das. Wunderschön. Ja, ich verzweifle kurz. Das ist kritisch. Wie bitte? Kritisch. Ja, das war sehr kritisch. So. Das Problem ist nämlich das ist auch die Spons. Das sieht aber auch ein bisschen kompliziert aus, ne? So. So. So ein kühl hier unten, ne? Wir fährt jetzt wieder auf, wenn ich so von warm oben komm, dann hier ins kühle unter kommen. Dann kühle unter. Das ist ja der erste Punkt. Das ist ja der erste Punkt. Das heißt, du musst genau in dem richtigen Moment. Tadam. Lull. Sogegen das wäre nicht. Und wir haben jetzt den zweiten Schlüssel. Also, 3. David, Forsten. 4. Ah, auch gut. Oh, okay. Vielleicht noch mehr Warten. Ich zeig es dir. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Ok. Die Leute nehm ich auch. Denk es hier. Hier. Doch, wir brauchen viel. Dann müssen wir noch den und dann noch 2 weiter. Nein. Nein, nur einen. Ah, lol. So. Um das... das Level zu schaffen. Okay. Und dann haben wir schon den Haupt, das Haupt geworden. Das ist... Das ist... sieht in der Tat kompliziert aus das braucht man dort aber nichts ist so möglich und dann haben wir schon den dritten Schlüssel brauchen wir noch einen Schlüssel es gibt insgesamt sechs verschiedene Level hier man muss nur 3 von den Satz shoppen um die 4 Schlüssel zu bekommen da ist ja ein Schlüssel schon hier ich verstehe nice nice vor allem die Idee dafür da muss man auch immer drauf kommen das möchte ich nicht die Türen sind schon ein bisschen nervig ja das glaube ich dir dann wird die Tür getriggert von hinten das hier lösen alle ist das ist so ein wir hätten mal können auch irgendwie einfach durch so eine Röhre da irgendwie dran kommen oder so du darfst jetzt entscheiden sollen wir den da oder den da ja Mitte ich sag Mitte den da ja wir hätten es jetzt richtig bescheuert die Mitte oh nein die du musst da rein werden aber gerade keiner ist oh toll ich hab mir das aufgelockt ich glaub es gab hab ich hier nichts oder ich weiß wie ich weiß du musst da drauf springen ne ich bin zu groß ja mach mal lieber ähm ein anderes Langer links vielleicht einfach wer weiß wer weiß wer weiß die Frage ist heiß warte ne da gab es aber gar keinen Schlüssel drum ich glaub in den drei gibt es kein Schlüssel da hast du nur einen Schlüssel gesehen ne vielleicht kommt irgendwie erst später oder so keine ahnung warte ich probier mal genau wie man es einfach mal ne 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 auch in ne ne also da waren nicht ganz okay so dass du nicht mehr Sommel du wirst davon der Luft hochkatapultiert aber da geht ja nicht dorthin das ist das Problem du musst aber ich muss genau dann wenn der kurz davor ist dann so Und dann, ja, keine Ahnung, dann vielleicht doch trampolinen, hm, warte ich, suche noch die nicht mehr, anderen. Oder kannst du nicht die aber noch ein zweites, ne, trampolinen, die sind dann wieder nicht spawnen, ne? Ja, die, die spawnen. Hm, aber mit trampolinen ist doch, hm. Haha, ok. Mit dem TNT-Block, dem Poablock, wie das alles zusammenfaltet, um dann das in die Rue auszubringen. Ich hab nur noch 120 Sekunden. Das ging nicht. Dann, probier trampolinen, irgendwie geht's das noch. Trampolinen? Jetzt meistens nur mit hochspringen. Das ermöglicht dir so ein hoheres Sprung. Weißt du's mal? Aha. Jetzt könnt's mal probieren. Noch 100 Sekunden. Warte mal. Das ist toll. Ja, und jetzt, und jetzt einfach ein Moment, weil oben das genau und dann, jetzt dort. Warte mal. Sag mal, ich zeig dir was, Mann. Ja, zeig mir. Obwohl, ich halt, das wird, das wird knapp, wird er für. Wie soll das bitte gehen, aber? Oh, nein. Sil. Das wolltest du machen, aber nur mit Machi, oder? Ja, aktuell. Sil ja, nur noch 80 Sekunden, alle Zeit der Welt. eine Minute ist viel Zeit wie macht man nochmal den es ging in diesem Modus nicht das war der erste im Haus ah scheiße man war doch auf Fußball damit zu spielen haha dieser scheiß Wandspunkt geht ja auch nicht ne das ist hier kritisch und die beiden anderen warst du schon oder? na bruh das wollte ich eigentlich zwar grad nicht machen vielleicht kann man einen Hörsprung auf dem Trampolin mit ihm aber es wird eh nach der Zeit nicht verschaffen ah nein so geht das 3 2 2 1 fuck wir merken uns ja das müssen wir aber machen müssen aber es ist ja dumm natürlich ach so Leute ich geh einfach mit vorne los oder? mhm ganz mit vorne? ja ok aber du weißt wie die Schlüssel waren also ok dann wird das ist halt ein bisschen längerer Part aber aber das wäre jetzt blöde wenn wir jetzt im nächsten Part auch noch an diesem Teil weiterspielen aber machen das mit ihm noch ja wir wissen ja wie es geht deshalb geht es auch schneller ja ich gehöre ich gehöre ich gehöre ich gehöre ich gehöre ich gehöre aber die Ideen davon finde ich so dass man aber ich gehöre ich gehöre ja in der kann das die das kann ich da Es hört ja drauf, dass die Joycon-Dinger eigenes verladen müssten, aber ich hinterfrag es nicht weiter. Das ist mir aber auch oft passiert. Das, was ich auch immer komisch fand, ist, dass der Minus Joycon immer sehr schneller entlädt als der Plus Joycon. Verstehst du das für eine? Ja. Puder das? Null. Ne, du musst da. Habe ich? Dankeschön. Second try. Ja, hier, jetzt! Fragisch, wo war der letzte? Oh. Stimmt, da hast du einen PS-Witz gebraucht. Mhm. Mhm. Und wir haben vier Schlüssel. Eins. Zwei. Drei. Es geht aber sehr lang für nur ein paar Meter. Hier. Nein. Jetzt komme ich noch zum neuen Schlüssel. Nee. Tschüss. Das ist mir egal, was ich will. Ja, so kann man es dann auch beenden. Und die Münzen bekommen wir trotzdem. Ja. Und man macht dann immer so Peace dann. Peace. Peace. Ein Applaus hier, danke. Aber wir wissen noch mal. Wir machen so. Samy, Mario. Oh, damit ist das Hauptgebäude fertig. Boah. Hauptgebäude fertig. Schuss. Das ging schnell. Und trotzdem haben wir irgendwie erst 90% vom ganzen Schloss fertig. Das wirkt ja sehr, als die nächstes auf mich. Aber ja. Wie es weiter geht, sehen wir den nächsten Part. Haut's rein. Macht's gut. Und ciao. Ciao. Ciao.